Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Gustav Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem kompakten Lunch-Update begrüßen. Halbjahresausblick und Anlagestrategie 2022. Es gibt sehr viele Themen, die man behandeln könnte. Im ersten Halbjahr ist sehr viel passiert. Inflation, Neukalibrierung der Vermögenspreise, zuerst an den liquiden Märkten, aber absehbarerweise auch bei den illiquiden Vermögensklassen, wie beispielsweise Immobilien. Wir wollen den Bogen nicht zu weit spannen und nicht noch einmal alles wiedergeben, was wir im ersten Halbjahr bereits thematisiert haben. Es würde einfach den Rahmen sprengen und von daher setze ich ein gewisses Vorwissen an dieser Stelle voraus und wir schauen wirklich nur auf die aktuellsten Daten, um diese kompakt einzuordnen. Zunächst natürlich der Rückblick, das machen wir ganz am Anfang, aber dann gibt es ja diese drei Kernfragen, die aus unserer Sicht momentan viele Anleger bewegen. Zum einen kann die Rezession vermieden werden und man gleichzeitig die Inflation wirksam bekämpfen. Auch das werden wir uns gleich anschauen. Dann die Frage, wie sind eigentlich die breiten Aktienmärkte aktuell bewertet? Auf der einen Seite lesen Sie, dass die Aktienmärkte günstiger bewertet sind. Das wird oft festgemacht am sogenannten Kurs-Gewinn-Verhältnis. Auf der anderen Seite hört man, dass die Unternehmenswende vielleicht doch eher auch mal fallen können und nicht um 10% steigen, wie es vielleicht der eine oder andere Analyst respektive die Konsensus-Markterwartung noch aktuell erwartet. Und im dritten Punkt, wie sieht eine ausgewogene Anlagestrategie aus? Auch hier natürlich nur der kompakte Rahmen, was die Taktik angeht und dazu noch einige Ausführungen aus der Praxis. Wir starten zunächst mit dem Rückblick auf die Wertentwicklung der wichtigsten Vermögensklassen. Ich denke, ich sage Ihnen da nichts Neues. Das erste Halbjahr war quasi zum Vergessen. Egal, ob Sie Aktien aus den Industrienationen gehalten haben, da sehen Sie einen Abschlag von minus 19%. Ob Sie Aktien aus Schwellenländern gehalten haben, da war der Abschlag minus 16,5%. Und das sind alles noch die Werte per Schlusskurse gestern und heute Morgen sehen wir ja auch deutlich rote Vorzeichen. Wir sehen aber auch Gold seit Jahresbeginn auch knapp ins Minus gerutscht. Also auch hier die Entwicklung doch sehr enttäuschend im aktuellen Umfeld, wenn wir uns die geopolitische Verunsicherung, die Inflationsüberraschung betrachten. Da hätte man noch von Gold ganz andere Entwicklungen erwartet. Dann der Outstanding Gewinner in diesem Halbjahr, der Überraschungssieger möchte man sagen, das Thema Rohstoffe. Sie sehen das hier, 41% auf breiter Indexbasis mit den Ausreißern im Bereich der Energierohstoffe, die wir alle sowohl im täglichen Leben als auch aus der Berichterstattung kennen. Aber natürlich interessant und das macht dieses Halbjahr auch so besonders. Sie sind hier dargestellt, europäische Anleihen minus 12,9%, US-Anleihen minus 14%. Das heißt, wenn wir mal die Perspektive eines Dollaranlegers einnehmen, dann haben sie, weil sie keinen positiven Währungseffekt hatten, dann haben sie mit Aktien 19% verloren, mit Anleihen 14%. Das heißt, die gemischten Portfolios stehen dann irgendwo so bei 15-16% Wertverlust und das zeigt auch, wie groß die Herausforderungen waren und das insbesondere in der Portfoliokonstruktion, in einem Umfeld der Inflation, wo die Notenbanken die Zügel anziehen, klassische Diversifikationsmerkmale weniger stark greifen wie in der Vergangenheit. Ob man die jüngste Schwäche nur noch fortschreiben kann für die Zukunft oder ob nach diesem extrem schwachen Ergebnis im ersten Halbjahr für die Zukunft wieder deutlich bessere Korrelations- und Risikostreuungseigenschaften zu erwarten sind. Das wird man sehen, aber das war jetzt natürlich schon mal ein ordentlicher Schlag ins Kontor und man sieht auch, dass die Nachfrage nach alternativen Vermögensklassen, die eher aktiver die Marktabhängigkeit auch steuern, Hedgefonds, aber auch trendfolgende Ansätze und auch Absicherungsstrategien, die sind wieder mehr en vogue, da sieht man wieder deutlich mehr Zuflüsse von Anlegern auf globaler Ebene. Also man konnte sich nirgends verstecken, außer bei den Rohstoffen, respektive natürlich auch der Dollar aus der europäischen Sicht ein positives Merkmal, weil die Euro-Abwertung, die uns zwar bei der importierten Inflation trifft, aber die hilft uns zumindest bei der globalen Vermögensallokation, weil eben ein wesentlicher Teil oder ein guter Anteil der Kursverluste aus den zugrunde liegenden Vermögensklassen, also Aktien im Wesentlichen, der wird kompensiert, zum Teil anteilig eben über die Währungsentwicklung. Das heißt, ein Euro-Anleger mit einem internationalen, globalen Portfolio, für den sieht das Ganze in Heimatwährung gerechnet, besser aus als für einen Anleger, der beispielsweise im Dollarraum rechnet. Die Entwicklung haben über zwölf Monate, also nicht nur das erste Halbjahr, sondern die Perspektive etwas verlängert, da sehen Sie das Ganze auch. Wir sehen Gold dann noch 3,2% im Plus in Dollar gerechnet, wir sehen aber auch Aktien Europa 6% im Minus, wir sehen Aktien global 13% im Minus und was Anleger sich natürlich nun fragen, ist da schon wirklich eine Rezession eingepreist oder hat das einfach nur damit zu tun, dass wir durch die gestiegenen Renditen eben auch wieder Alternativen haben? Und das war natürlich auch eines der Themen im ersten Halbjahr 2022, überraschend hohe Inflationsraten, Notenbanken vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt, viel zu spät, viel zu wenig, gegengesteuert, am Ende des Tages überstimuliert, wenn wir uns die Arbeitsmarktdaten aus dem Jahr 2021 anschauen und nun sehen wir eben, es gibt wieder Renditen jetzt dargestellt für Deutschland, es gibt wieder Zinsen und das heißt natürlich auch, dass man dieses Akronym TINA, der ist no alternative oder auch beide DIP, das gilt es natürlich zu hinterfragen, weil es Alternativen gibt. Es gibt wieder Zinsen und Renditen, die ersten Banken haben schon angekündigt, Verwahrentgelte zu streichen, meistens auch ab dem 1.7. Andere Institute sind ja noch in der Kommunikationspolitik abwarten, aber was man ganz klar sagen muss, dieser deutliche Zinsanstieg, diese extreme Bewegung, nicht nur im Euro, sondern natürlich auch im Dollarraum speziell, die hat wirklich die Kapitalmarktreise stark beeinflusst und wir haben dieses Thema ja sehr ausführlich auch behandelt, bereits im Januar, Februar unter dem Stichwort Neukalibrierung der Vermögenspreise durch steigende Renditen. Und wer damals dieser Maßgabe gefolgt ist und auch das Thema Ukraine vielleicht nicht so extrem erwartet hatte, wie es dann leider die Realität gezeigt hat, der war doch durch diesen Gegenwind nicht überrascht und das ist vielleicht auch ein wesentlicher Aspekt. Die Probleme, die wir jetzt sehen auf der geopolitischen Ebene, der Krieg auf dem europäischen Kontinent, das verstärkt nochmal die Kapitalmarktbewegung, aber ein wesentlicher Grund, das darf man nicht unterschätzen, ist natürlich der Sachverhalt, dass wir wieder steigende Renditen entsprechend auch hier sehen. Und das können Sie hier sehr gut nachvollziehen, denke ich, hier mal in blau die Renditen zum 1.1.2020, also vor der Corona-Phase. Auch da waren wir schon der Meinung, naja, die Renditen sind eigentlich ein bisschen zu gering für Unternehmensanleihen, um das Risiko ausgiebig zu vergüten. Und da sehen Sie, damals gab es 3%. Aktuell die Renditen wieder auf 7,8% gestiegen. Schauen Sie auf die US-Staatsanleihen, 1,9% vor Corona, aktuell 3,1%. Wir waren schon bei knapp 3,5% und bei europäischen Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, da sehen Sie Renditeanstiege von 0,7%, auch 3,5%. Also eine Verfünferung der Renditen und das, glaube ich, ein sehr wesentlicher Aspekt, dass wir aktuell sehen, dass viele Chance-Risikoprofile von Vermögensklassen, die vollkommen verzerrt waren durch die planwirtschaftlichen Eingriffe der Notenbanken, dass sich das nun entsprechend zurückdreht, dass die Rendite-Risikoprofile nun wieder deutlich marktgerechter werden und dass dieser Prozess natürlich schmerzhaft ist für Anleger, die sich zum Beispiel bei 3% in Hochzinsanleihen haben hineindrücken lassen, was wir nie angeraten haben und auch für Anleger selbstverständlich, die sich sehr stark auf das Thema Wachstumsaktien konzentriert haben, nach dem Motto, Gewinne sind egal, eine Bewertung zum 30-, 40-, 50-fachen des Jahresumsatzes ist doch immer noch eine adäquate Bewertung für ein Unternehmen. Und diese Bewertungsblasen, das muss man sagen, die sind geplatzt. Hier mal ein beispielhafter Meme-Stock-Index, also wo man die Aktien bündelt, die in den sozialen Medien große Hypes entfacht haben. Sie erinnern sich an Game-Stock und ähnliche Storys, wo wir doch gesehen haben, dass einzelne Aktien oder einzelne Sektoren sehr stark getrieben wurden. Sie sehen hier die Entwicklung, der Index wurde dann publiziert, seit Mitte November 2021 sehen es aktuell der Kursverlust irgendwo 65 bis 70%. Und ich glaube, es ist sehr vermessend davon auszugehen, dass Unternehmen, die sehr hoch bewertet waren, dass die wieder annähernd die Kurse zurückgewinnen, die sie mal gesehen haben. Da waren einfach schwachsinnige Bewertungen, man muss es leider auch so deutlich sagen, mit drin. Und wenn man in dieser Entwicklung drin ist, dann fällt es immer sehr schwer zu sagen, warum zählen denn Bewertungen? Warum zählen denn fundamentale Preise? Was hat denn eigentlich Kurs-Gewinn-Verhältnis, Free-Cash-Flow-Rendite und andere Bewertungskennzahlen an Relevanz, wenn die Aktienkurse doch weiter steigen? Und da haben wir doch dann gesehen, Sie wissen nie genau, wann der Trend bricht. Aber wenn er bricht, und jetzt ist er gebrochen, durch die geringere Liquiditätsversorgung der Notenbanken, die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich da deutlich verschlechtert durch die steigenden Renditen, durch weniger Spekulationsfreude sieht man dann eben, wie schnell das auch geht. Und für Anleger, die sich hier nicht stark positioniert haben, die leiden natürlich momentan unter dieser Neukalibrierung der Vermögenspreise. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder höhere Wiederanlagerenditen bei Anleihen. Aber wie gesagt, wer sich sehr einseitig positioniert hat, für den war es doch jetzt eine sehr bittere Konsequenz. Und ich glaube, auch die Erfahrung, auch hier jede Generation macht ihre eigenen Erfahrungen. Die einen haben das mal mit dem Platzen der Tech-Bubble gemacht. Damals ja die große Euphorie ja auch vorhanden gewesen. Jetzt haben wir das eben in diesen sehr gehypten Segmenten rund um Digitalisierung und Disruption gesehen, wo dann doch der eine oder andere gedacht hat, Arbeiten ist nicht mehr notwendig. Ich spekuliere ein bisschen an der Börse. Die Kryptowährungen, die zählen natürlich auch hier entsprechend in diese allgemeine Stimmung auch mit hinein. Dort sind ja auch die Kursverläufe sehr stark diskutiert und ich glaube auch im Wesentlichen bekannt. Wenn wir den Blick nach vorne richten, dann ist die größte Frage, die sich momentan Verbraucher, Haushalte und natürlich auch Investoren stellen ist, kann die Inflation deutlich reduziert werden, ohne eine Rezession auszulösen? Ich denke, die Notenbanken, so auch die gestrige Kommunikation ja auch von Christine Lagarde, die haben mittlerweile auch erkannt, dass sie in Sachen Inflationseinschätzung vollkommen falsch unterwegs waren, dass sie noch stimuliert haben und die Geldpolitik sehr locker gelassen haben, als es nicht mehr notwendig war. Dazu vielleicht auch zu viel fiskalpolitischer Stimulus im Rahmen der Corona-Pandemie, wo vielleicht die wirtschaftlichen Schäden gar nicht so groß waren, wie die Rettungspakete, die man getan hat, um den Patienten die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte hier in der stabilen Seitenlage zu halten in den diversen Lockdowns. Und von daher glaube ich, ist es nun auch klar, dass das Pendel stärker zurückschwingt. Wir hatten eine sehr starke Konjunktur. Dann werden wir jetzt wohl in die Rezession gehen. Die Frage ist, landen wir wirklich in einer Depression? Irgendwann kommt dann auch wieder der Aufschwung, sogar das methodische Bild, was wir haben. Und wenn wir uns das mal aktuell anschauen, dann sehen Sie hier den Abgleich der realen wirtschaftlichen Daten mit den Erwartungskomponenten. Also sprich, was hat man an Konjunkturdaten erwartet und wie waren dann die reporteten Werte? Und dann misst man eben die Abweichung, positiv oder negativ. Das macht die Citigroup mit ihren Überraschungsindizes. Und da sehen Sie eben speziell dann natürlich auch, als wir die Effekte gesehen haben, der chinesischen Lockdown-Politik. Zero Tolerance ist ja ein großes Thema. Das lockert sich jetzt etwas, das ist positiv für die globalen Lieferketten. Aber wir sehen natürlich diese sehr negativen Abweichungen nach unten hier im Meini. Wir sehen natürlich auch insgesamt noch die Stimmungslage. Und hier kann man sich die Frage stellen, ist der größte Schock vorbei? Also resultieren aus fallenden Rohstoffnotierungen, wie wir es aktuell sehen, fallenden Frachtraten und ähnlichen geringeren Wartezeiten der Schiffe vor den Häfen. Sehen wir, dass da nun eine Besserung kommt, wie es vielleicht auch die jüngsten deutschen Inflationsdaten meinen könnten? Oder sind das doch nur Einmaleffekte bedingt durch 9-Euro-Tikel und etwas Benzinsubventionen? Und da werden Sie auch viele Diskussionen sehen um die Inflationsdaten, weil eben auch die Importpreise jetzt leicht gefallen sind. Die Daten wurden heute Morgen berichtet. Also wir sehen aktuell, dass die Inflationsüberwachung nicht mehr so negativ ist, wie man das erwartet hat. Und nun stellt sich die große Frage, werden die realen wirtschaftlichen Daten sich noch weiter nach unten bewegen? Oder sehen wir, dass die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität hier vielleicht sogar geringer wird? Aktuell, das muss man ganz nüchtern sagen, das nicht seriös einzuschätzen. Von daher schauen wir natürlich auch auf die aktuellen Daten. Und wenn man sich das Ganze anschaut, und ich könnte Ihnen eine Vielzahl von Konjunkturindikatoren, Stimmungsindikatoren präsentieren, aber jetzt hier mal nur eine rausgegriffen, in Orange, dargestellt an der linken Skala. Da sehen Sie das Konsumentenvertrauen für die USA, wie es die Uni Michigan erhebt. Der Konsument macht rund 70 Prozent der Wirtschaftsleistung in den USA aus. Also das ist ein gewichtiger Faktor. Und wenn wir jetzt hier eben sehen, dass der Konsument in die Mangel genommen wird, dass der Arbeitsmarkt sich vielleicht auch etwas entspannt, dann könnte man schon von einer geringeren Konsumfreude ausgehen. Und dann gibt es ja aktuell die große Diskussion, wie eng sind denn wirklich die Lagerbestände, sind vielleicht die Lagerbestände sogar so voll, dass wenn sie jetzt abverkauft werden, das eher disinflationär wirkt, werden da die Einzelmeldungen von großen Einzelhandelsgiganten wie Walmart und Target überschätzt. Aber in der Breite sind dann die Bestände noch gar nicht so. Also unheimlich viel Diskussion auch unter den Fachleuten, wie die verschiedenen Daten zu werden sind. Aber ich glaube, eins ist klar, hohe Inflationsraten, jetzt noch ein Häusermarkt in den USA, der spektakuläre Preisgewinne hatte, aber wo man doch vielleicht auch erwartet, dass wir ein Überrollen sehen. Und dann führen natürlich fallende Vermögenspreise auf der Aktienseite, auf der Anleihenseite und die Antizipation fallen da Immobilienpreise dazu, dass man sich weniger vermögend fühlt. Wenn dann noch eine Verunsicherung dazu kommt, was die Arbeitsplatzsicherheit angeht, weil ja doch Unternehmen auch mal damit beginnen könnten, Unternehmen, sorry, Personal freizusetzen, dann ist natürlich die Frage, wird wirklich der Konsum so schlecht werden, wie es die aktuellen Verbraucherumfragen implizieren, auch in Deutschland. Die Konsumentenstimmung war jetzt jüngst schwächer, der Einzelhandelsumsatz in Deutschland auch, ich glaube, minus 3,6% zum Vorjahr heute Morgen berechnet. Also, das wird man sehen, ist aber quasi auch alles bekannt, weil wenn wir uns die Umfragen anschauen, da befragt im Endeffekt die Deutsche Bank Research, befragt im Endeffekt 400 globale Teilnehmer und sagt, okay, wie seht ihr das Thema Rezession? Sind wir gar schon in einer Rezession? Da sagen 17% der Markthandler, wir sind schon drin, beziehungsweise sie ist in 2022 und 71% der Teilnehmer sagen, naja, 2023 wird es dann soweit. Und das ist natürlich immer sehr interessant, wenn alle Daten für etwas sprechen, dann ist die Frage, ist es bereits eingepreist oder ist die Lage diesmal wirklich so besonders, dass die Rezession sicher ist? Wir glauben auch, eine Rezession ist sehr wahrscheinlich, vor allem, da die Notenbanken versuchen, ihre Kreditwürdigkeit in der Kommunikation zurückzuerlangen und vielleicht sogar auch die Renditen, beziehungsweise eher die Zinsen auf ein Niveau heben, dass es eben nicht mehr nur stimulierend ist, sondern dass auch das Wachstum dämpft. Da wird man immer sehr stark schauen müssen, was sagt der Arbeitsmarkt. Aber der Arbeitsmarkt, ein nachlaufender Konjunkturindikator, der wird den Notenbanken nicht so gut dabei helfen, ein gutes Timing für ihre geldpolitische Kommunikation und die Leitzinsanpassung entsprechend zu finden. Also das Thema Rezession gilt als sichere Sache und von daher stellt sich natürlich dann die große Frage, wenn es so sicher ist, wie sollten Investoren damit umgehen? Typischerweise, so zumindest die Historie, Kapitalanlageinvestitionen, die man in einem Umfeld von Rezessionen begonnen hat, die waren typischerweise recht ertragreich und da steigern oder diskutieren momentan auch die beiden Marktbetrachtungen. Die einen sagen, es kam jetzt schon so stark zurück, es wird nicht so schlimm, weil die allgemeine Konsensmeinung ist meistens falsch, also vielleicht jetzt sogar zu negativ. Die andere Meinung ist, schaut euch Rezessionen an, die Unternehmensgewinne, die fallen erst noch und dann sind eher Rückgänge von 33 bis 40 Prozent realistisch und die haben wir aktuell am Aktienmarkt noch nicht gesehen. Also, dass die unterschiedlichen Perspektiven und wenn man sich das nun anschaut und sagt, was machen die Bewertungen, dann haben wir das gesehen, Neukalibrierung der Vermögenspreise, wir haben das ausführlich behandelt, wir haben die Kurs-Gewinn-Verhältnisse uns angesehen und ich glaube, was man jetzt hier sehr schön auch sieht und ich glaube, das ist auch sehr naheliegend, Sie sehen hier in orange dargestellt, an der rechten Skala, das ist die Netto-Margen für den US-Unternehmenssektor, Daten von Datastream, dann haben wir im Endeffekt den Einkaufsmanager-Index von Chicago für die Unternehmen und da sehen Sie im Endeffekt auch mit einem Zeitverzug, da gibt es einen relativ hohen Gleichlauf und das ist nur ein Beispiel dafür, die in unseres Erachtens sehr plausible Annahme begründet, dass die Unternehmensgewinne im Jahr 2022 nicht gegenüber dem Jahr 2021 steigen, sondern dass wir jetzt eher auch fallende Unternehmensgewinne sehen, Ausnahme mit Sicherheit natürlich der Energiesektor, aber insgesamt fallende Unternehmensgewinne sind ein Thema und wenn die Unternehmensgewinne fallen, dann werden die Bewertungen optisch auch wieder höher, also von daher, dass auch hier dieses Zwischenspiel und von daher muss man sagen, Aktienmärkte sind jetzt, ja klar, sie sind günstiger bewertet als vor diesem Rückgang, aber sind sie günstig genug, um das ökonomische Umfeld zu reflektieren, dem wir uns aktuell auf Basis der bekannten Daten ausgesetzt fühlen, das muss bezweifelt werden und das erklärt auch, warum sie an Tagen wie heute beispielsweise 2-3% Marktbewegung in den Leitindizes sehen, warum? Die Käufer stehen an der Seitenlinie und warten ab, wer verkauft, der ist dann bereit, zu einem niedrigeren Preis zu verkaufen und das erklärt an dieser Stelle auch, warum die Aktienpreise sich hier entsprechend nach unten bewegen. Wir glauben, es ist noch zu früh, um jetzt euphorisch zu sein, aufgrund der Rückgänge und jetzt sagen beide Dip, jetzt voll rein in die Aktienquote, sondern wir glauben, es macht Sinn, hier schrittweise Positionen aufzubauen, das gilt nicht nur für die Aktienseite, sondern speziell auf der Anleihenseite sehen wir eigentlich das beste Umfeld seit 5 bis 6 Jahren und wer hier bei Anleihen untergewichtet war, der findet natürlich nun gute Möglichkeiten oder wer sehr lange in Cash war und darauf gewartet hat, dass jetzt mal wieder Opportunitäten sich ergeben auf der Zinsseite, die zwar nicht ausreichend werden, um die Inflation zu schlagen, die aber dennoch auf der nominellen Ertragsebene mittlerweile einen ganz vernünftigen Beitrag bieten und unsere Meinung, auch das ja in diversen Webinaren sehr ausführlich dargelegt, wir glauben, es macht Sinn jetzt in diese Verunsicherung, in diese straffere Geldpolitik, in die Verunsicherung rund um Inflationsraten und vielleicht auch den Sachverhalt, dass die Notenbanken hier einen sogenannten Fehler machen und dementsprechend auch die Rezession mit auslösen, dass diese Unsicherheit, wie es immer ist, attraktive Prämien bietet, um hier sukzessive in diese Phase der geldpolitischen Straffung der nächsten 6, vielleicht 9 Monate Anleihepositionen schrittweise aufzuwollen, um dann in 9 Monaten ein Anleiheportfolio zu haben, was dann auf Sicht der nächsten 3, 4 Jahre auskömmliche nominelle Renditen bietet. Und dann auch vielleicht, wenn die Inflationsraten zurückkommen, dann vielleicht sogar es schafft, die Kaufkraft real zu erhalten, also etwas, was wir mit Anleihen ja sehr lange in der PESP-Dessektive nicht gesehen haben. Wie sieht eine ausgewogene Anlagestrategie aus? Klar, es gibt immer Rahmenbedingungen, ich habe Ihnen das mal hier mitgebracht, für ein ausgewogenes Portfolio. In unserer Definition bedeutet das, oder sorry, das ist sogar ein offensives Portfolio hier, Aktienquote beispielsweise könnte 60% sein, dann sollten Bandbreiten nach unten und nach oben definiert werden, das gleiche gilt auch für Anleihen, Gold 5%, Cash 5%. Wenn Sie diese strategische Quote und die Bandbreiten nehmen, dann schützen die natürlich auch vor einseitigen Positionierungen, weil dieses, oh mein Gott, die Nachrichtenlage ist schlecht, alles verkaufen, und oh mein Gott, die Nachrichtenlage ist gut, jetzt alles kaufen, da zeigt natürlich die Empirie und vielleicht auch die eigenen persönlichen Erfahrungen, das ist keine gute Anlagestrategie, weil meistens musste man schon gekauft haben, bevor die Datenlage wieder positiv wird. Und umgekehrt, meistens musste man schon verkaufen, bevor die Stimmungslage schlecht wird. Und das haben wir ja auch sehr schön gesehen. Wie gesagt, auch nochmal der Verweis auf unsere Webinare, viertes Quartal 2021, Anfang 2022, wo wir ja doch stark dafür geworben haben, sich defensiver zu positionieren, nicht vor dem Hintergrund, dass wir die Inflation auf diesem Niveau gesehen hätten, nicht vor dem Hintergrund, dass wir erwartet hätten, dass der Krieg in der Ukraine dieses Ausmaß annimmt, sondern wirklich vor dem Hintergrund Neukalibrierung der Vermögenspreise und allein diese Positionierung etwas defensiver bei den Anleihen, also sprich untergewichtet zu sein, aber vor allem sich nicht in die Hochzinsanleihen reindrücken zu lassen, etwas untergewichtet bei den Aktien, aber auch innerhalb der Aktien defensiver aufgestellt, also innerhalb der Quoten. Das war wichtig und ich habe Ihnen hier die aktuelle Positionierung mitgebracht. Unsere Kunden der inneren Vermögensverwaltung kennen das, bekommen das natürlich auch immer vorzeitig entsprechend geliefert und auch mitgeteilt. Da gibt es dann immer Ad-Hoc-Updates für die Kunden und für die Nicht-Kunden, dann eben nachgelagert mit einigem Zeitverzug hier die Daten und Sie sehen es aktuell, Aktien starkes Untergewicht, wobei dieses starke Untergewicht auch daraus resultiert, dass entsprechend bereits im Dezember letzten Jahres eine spezielle Absicherungsstrategie implementiert wurde, bei der laufend auf Basis von Indexfonds Putz erworben werden, 10, 15 Prozent aus dem Geld, verschiedene Laufzeiten, also ein sehr diversifiziertes Portfolio, Aktien plus Absicherung, nicht als Timing-Indikator, sondern um die Aktienquote strategisch höher halten zu können, aber gleichzeitig einen Schutz gegen extreme Verluste aufzubauen, also quasi eine Protective-Put-Strategie auf globaler Basis. Anleihen untergewichtet, das ist ja eine Position auch schon relativ lang, ich bin mir sicher, das wird sich jetzt demnächst eher in den neutralen Bereich auch bewegen. Gold, da wissen Sie, da waren wir auch lange Zeit übergewichtet, teilweise Quoten von 15 Prozent, dann haben wir gesagt, na gut, als Gold bei über 2000 war, das ist die Risikoprämie aus der Ukraine-Konflikt, je macht es mal Sinn, Positionen zu reduzieren, mittlerweile Gold typischerweise bei 5 Prozent angesiedelt, weil einfach der Gegenwind durch die gestiegenen Zinsen und durch den starken Dollar zu hoch erscheint und wenn sich hier wirklich die Nachrichtenlage ändern sollte und wir hoffentlich aus humanitären und menschlichen Gründen einen Kompromiss, der mit Sicherheit faul sein wird, finden werden, der die kriegerigen Handlungen beendet, dann stellt sich natürlich schon die Frage, was bedeutet das noch zusätzlich für Gold, also hier bei Gold die Schwankungsbreite ähnlich wie am Aktienmarkt, lange Zeit war es gut zu begründen, Gold überzugewichten, aber auch hier sehen Sie, wurde zurück auf neutral geschoben und dann, das erklärt sich, wenn Sie insgesamt Positionen zurückfahren, dann müssen Sie dort übergewichtet sein, wo Geld landet, wenn Sie es nicht investieren und das ist die Kasse, Kasse, die tendenziell aktuell auch bei 20% stehen kann und insgesamt auch die defensive Struktur und wir glauben nun, dass ja auch der Ausblick, dass die Unsicherheit, insbesondere auch Marktteilnehmer, die viel zu positiv in das Jahr gestartet sind, also Aktienquoten stark übergewichtet, Wachstumsaktien höher gewichtet als der Index, mehr Restlaufzeit, noch höhere Kreditrisiko im Anleihportfolio, vielleicht dann sogar auch mal 2, 3, 4, 5% Kryptowährung ins Portfolio integriert, die hat es ja sehr, sehr stark getroffen, diese Anleger, da ist Wundenlecken, die haben jetzt schon zum Teil prozüglich ihre Positionen zurückgefahren, wir glauben aber, da gibt es noch mehr an Verunsicherung, wenn man mit dem Punkt nicht treffen und von daher wird man nun sich in den Sommermärkten, wo auch die Liquidität vielleicht dünner wird, wo das Thema Rezession noch viel, viel stärker im Mainstream, in den Medien, auch in der Realität vielleicht ankommt, weil vielleicht auch der Nachbar mal wieder keinen Bonus bekommen, Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt werden oder ähnliches, dass diese Phase dann aus der Anlage politischen Perspektive eine sehr gute Phase ist, um entsprechend hier die Haltung von sehr defensiv aufgrund der zu positiven Stimmung Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, eben zu drehen in Richtung strategische Quoten, nicht nur was die Quoten angeht, sondern eben auch die Ausrichtungen, vielleicht dann sogar auch, wenn wir mal eine Kapitulation auch sehen, weil wirklich mehrere Tage mal Kursrückgänge von zwei, drei Prozent zeigen, wenn man dann wirklich sieht, da ist mal ein Boden gefunden, fundamental, wenn wir sehen, dass die Markttechnik, auch in diesen Phasen geht es mehr, auf die Markttechnik zu schauen, wenn wir da mal einen Boden finden, dann macht es hier Sinn, schrittweise Positionen aufzubauen, also in die Unsicherheit weiter Positionen eben auch hier zu etablieren. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch gewesen sein mit diesem sehr komprimierten Lunch Update, Sie wissen, wir versuchen in diesem Format immer einzelne Themen herauszupicken, um die Dauer auch bei 30 Minuten zu lassen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, wenn Sie verschiedene Lunch Updates betrachten oder andere Webinare, dass Sie aus der Kombination dieser verschiedenen Themen für Sie ein gutes Bild bekommen für unsere Kunden, ohnehin ja das Big Picture immer sehr eng in der Kommunikation, aber auch für die Nichtkunden, glaube ich, da sind immer wieder gute Ansätze dabei, Denkanstöße dabei, um die eigene Anlagestrategie zu challengen, um vielleicht auch die eigenen Banken, die eigenen Vermögensverwalter mit neuen Fragen zu konfrontieren und von da freuen wir uns natürlich immer, wenn wir Ihnen hier neues gedankliches Futter an die Hand geben, was Sie da natürlich gerne mit sich selbst diskutieren können, mit dem Ehepartner, mit anderen Finanzdienstleistern, aber natürlich, das soll auch natürlich auch immer der Punkt sein, auch gerne mit uns, wir freuen uns über jeden Vergleich, wenn es darum geht, die Herleitung der Anlagestrategie, die Dienstleistung im Bereich der Finanzplanung, Vermögensstrukturung, aber auch die Anlagergebnisse im Wettbewerb zu vergleichen. So, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein, von den Ausführungen, ich würde nun die Aufzeichnung beenden, bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir können dann nun in illustrer Runde entsprechend hier Ihre Fragen diskutieren, Sie können diese über die Software entsprechend stellen, ich werde diese vorlesen, natürlich ohne Namensnennung und dann können wir diese gerne noch diskutieren, gerne aber natürlich auch noch weitere allgemeine Fragen, bei denen Sie sagen, die drücken wir noch aktuell aufs Gemüt, die würde ich gerne noch mal ansprechen, ohne dass Sie jetzt hier dezidiert in diesem kompakten Webinar behandelt wurden. Wer uns bereits verlässt, machen Sie es gut, Ihnen einen schönen Mittag, einen guten Appetit, bis bald, auf Wiedersehen.